Okay, also bevor wir jetzt hier anfangen, möchte ich noch mal eine kleine Sache berichten, die mir vor durch den Kopf gegangen ist. Also, ich gehöre zu den wenigen Menschen in diesem Lande, die allgemein kein Alkohol trinken. Jaja, also es ist für mich hier überhaupt kein Problem, ohne Alkohol auszukommen. Aber der Rest von der Gruppe sind alle schwerkranke Alkoholiker. Und das ist natürlich sehr schwer hier. Also, ich denke, es ist einfach sehr seltsam. Was ist denn Zentur? Zentur war das gerade? Äh, das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen lächerlich, dass es beim Laden auf so einem Konzert, wo es hier Alkoholverbot existiert. Ho, ho, ho! Lü, 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 lü. Wer es also noch nicht weiß, wir sind Preußens Gloria aus Hannover. Ja! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020